Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silber und hier soll es mal ein bisschen den Besserwässern an den Kragen gehen. Und ich glaube, wir kennen sie alle, dass sich da manchmal Menschen hinstellen und behaupten, die Wahrheit zu haben. Und ja, oh Schreck, oh Graus, manchmal sind wir es auch selber, die das meinen, dass sie die Wahrheit da für sich entdeckt haben. Der simple Grund ist eigentlich wohl, dass man glaubt, dieses Thema ganz erfasst zu haben. So wie man seine Informationen da zusammengepackt hat, das wäre schon das Maximal an Wissen und an Erkenntnis. Ein britischer Philosoph hat mal gesagt, es ist ein Jammer, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. Wer also in dieses Thema schon etwas weiter hineingeschaut hat, schon sich mehr damit befasst hat, der erahnt, dass es dahinter also noch Bereiche gibt, die auch dazugehören und da kommt noch ein Einfluss von da und da noch von dort. Das heißt, die sind nicht mehr sicher, ob ihre Meinung tatsächlich so unumstößlich richtig ist, weil sie wissen, dass darüber hinaus noch mehr mitspielt, auch wenn sie das im Einzelnen nicht kennen und nicht mit in ihre Entscheidung hineinbeziehen können. Also insofern, da zu glauben, man hat das ganze Thema erfasst mit allem, was dazugehört, das macht uns dann so schnell zu besserwissern und da wir das alle nicht sein wollen, hier einfach nochmal dargestellt, dass es oft hinter diesen Wahrheiten noch mehr Einflüsse gibt, die wir nicht unbedingt kennen können. Alles Liebe, Tschüss!